ich muss ganz kurz ein bisschen die musik denn wir schauen rein mit folge 8 folge 19 folge 19 diese trug mit zwei imposten unter uns ist kein uns gibt es mal normalen roten skin einfach genau das macht er eh so lange weiter so was kann ich über ja ok neue lobby aus der ewige nachhalt so nächste runde nächste lobby wobei warte ist schwarz nein ich komme jetzt diese brille diese maske hier das hat sich immer und ich habe das ding bei gut ich glaube gut hatte ich gar keinen auf doch ich hatte so ein käppchen genau ich hatte immer dieses käppchen ja eigentlich dann hat man die blaue can you lower kill oh ok man kann jetzt auch richtig die korte und so ok 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 ganz kurz gucken also ich gar keine ahnung wie das spiel gut richtig geht ich weiß nicht mal was ich machen musste ja dahin wusste ich ich hasse diese testen ich hasse es hat dieses teil sich schon immer bewegt ich weiß es nicht ich bin ehrlich gesagt aus der übung was dieses game angeht also warte mal jeder mädchen muss ich rüber und ich muss etwas übergleich ist stimmen sei die Nein. Timmy, the engine, Timmy, it's not. I'm with red and pink. Da bist du mit O-O-O-O-O-O? Wobei doch, der war bei uns, ne? Der war ja bei mir. Ach so, warte mal, ich bin blau, ey. Ich hab' den. Ein und so. Alter, ich hab' keine Ahnung mehr, wie dieses Gelb geht. Okay. Okay. Das sind mehr, äh, übersprungen. No more, no more, no more skip. Okay, das Game ist wieder auf Englisch. Das nervt mich grad ein bisschen. Auf Deutsch ist es, wobei auf Deutsch ist halt, ah, man. Mach' noch den Bumpstext. Ich muss halt auch so ein bisschen auf die Camps achten, actually. Ich muss eh elektriere, fuck off. Hier sind's viele. Nee, lelele, mach' mir Party, Mark. Hinter mir ist einer. Warte mal, wo muss ich hin, ey, weg? Ah, Upper Engine. Warte mal, wo Upper Engine war unten, ne? Ey, ich denke, dieses Spiel macht mich grad so fertig, weil ich absolut keine Ahnung hab' wo ich bin, auch. Okay, hier ist aber niemand. Doch. Achso, das ist der andere. Das ist mein Brauch. Okay, hier wird Navigation. Und hier bin ich irgendwo im Flur. Ich kenn' dieses Spiel halt null, ne? Also ich, ich hab's, ich hab' so 18 Teile davon aufgenommen, aber... Hab' absolut keine Ahnung mehr, wie dieses Game richtig geht. Okay. Karl und Sherry, Brent has safe. Timmy, Marilyn, Karl, ist safe. Tanner, ist safe. Tam is safe. Tam, ist noch nicht. Kam und Wurst in Sicherheit. Tämä ist fair. Timmy, ist fair. Okay, dann warte das Timmy. Timmy. Ich geb's vom Spur. Ja, die gibt es das. Okay, dann, warte das Timmy. wir können sogar eigentlich mit den gewinnen beziehungsweise jetzt schreien so weil ich würde bis aus wendiger guck mal video da weißt du ich bin nicht gebändet was für ein salat wait i mean froggy is safe not maroon ich bin dr. quran ja okay jetzt wort doch auch mal nach die buchstil er noch nicht gewohnt so die ganze klaren so getroffen warum passiert Ah, ihm passiert das aber auch, ok. Ah gut. Ich kann nicht wieder weggehen. Ich guck gleich Save the Camps an. Er guckt, die chillen bei den Camps. Ich hab's gesehen hier, die chillen bei den Camps. Oh, die Task weg, die. Entschuldige, hab mich grad ein bisschen. Warte mal, in der Electrical ist ja nix, ne? Ist ja keine, ne, da ist nichts. Ich wollte nämlich gucken, ob da irgendwo eine Camp ist oder so, aber dann hätte ich da mal jetzt mega jemand abschlachten können. Haben sie's gemacht? Ja, ok. Also jetzt, ich bin, ne? Puh, dann aber noch. haben wir nach unten. Droggy wendet den Secure, hier. Stunden, es gibt ja auch einen Engineer. Der kann ja auch wenden. Deeeeeeg, oh mein... gott alter junge was ein scheiß bro beziehungsweise der kann nicht wenden aber der kann halt wobei doch Ingenieur kann auch wenden der kann ja glaube ich Drei mal oder so kann er wenden ich glaube zweimal kann er wenden oder dreimal ich weiß es nicht irgendwie so war das durch wie gesagt dieses Spiel habe ich lange nicht mehr gespielt weil irgendwie hat es keinen Spaß mehr gemacht und irgendwie waren da gefühlt nur noch so Idioten ich sag jetzt mal Among Us Community kann man ja nennen so ja ok jetzt hat er uns geht ah perfekt ich kann nicht ich kann das ich machen ah doch ah doch abgeschlossen ich fühl so schön dass er hier auch kann ist ich 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 weiß es war ich 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 Lime ist halt safe, ne, deswegen ist es halt, weiß ich nicht. Okay, ich glaub die bauten jetzt red, weiß ich, soll ich, ja anscheinend, warte mal, das Leben noch, wenn er jetzt weg ist, 1, 2, 3, 4, 5 Leute, ich glaub wir müssen 3 davon noch holen oder so, Okay, electricity, elektrische Stadt, bro. Er ist weg. Der Breer ist so krank weg jetzt. Er ist so krass weg. Aber was ist mit diesem Schiff hier gemeint? Warte mal, das muss ich kurz testen. Ich geh mal kurz hier rein oder so. Ja, wobei, scheiß, warte mal. Ich teste das irgendwo anders. Ich teste das irgendwo anders, warte mal. Ähm. Ich hoffe, die haben gesehen, dass ich von Dingens gekommen bin. Okay. Okay. Ich weiß wahrscheinlich, ich bums nicht mit mir im Wartöck. Ich bin der Bege. Ich bin der Bege. Ich habe einige Sorgen Cuando in der Bege. Möchtungsbe, ich bin der Bege. wer hat das gesagt er hier ne war da war da kleiner geld ich konnte schon oder auch nicht oder auch nicht trotzdem mich interessieren wer gewinnt mich interessiert das ist dieses hand leute wenn es euch gefallen hat und ich wäre morgen das hochladen soll dann lasst es mich gerne in den kommentaren wissen ich würde sagen wir sehen uns dann beim nächsten mal wieder je nachdem was ich hochladet micropod ever hau rein bis zum nächsten mal bis dann tschüssi es 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 es